Jo Leute, wir spielen als Donkey Kong gegen die drei Mädels hier. So, wir brauchen einen richtig schönen fetten Schneeball hier. Jawohl, da fliegen aber zwei. Nur Rosalina. Kann scheinbar nur einen treffen. Alter! Daisy! Pass auf da! Jawohl. Oh, Daisy. Sehr schön. Oh, ich liege hier echt blöd. Oh, Glück, dass wir nicht runtergefallen sind. So. Alter, als ob sie mich da getroffen hat. Was macht sie denn da? Als ob. Ey, die wollte sich einfach nicht treffen lassen. Wie gemein.